Hallo, ich bin Jonas Sternbrück. Ich mache meine Ausbildung zum Industriekaufmann bei Total Deutschland. Eine von vielen Ausbildungen bei uns. Mein Arbeitsplatz befindet sich am Standort von Total am Berliner Hauptbahnhof. Während meiner Ausbildung darf ich an vielen spannenden Projekten mitarbeiten. Guten Morgen, C2B. Guten Morgen, Jonas. Hab einen schönen Tag. Auch wenn ich den Großteil meiner Aufgaben selbstständig erledige, ist die Zusammenarbeit und der Kontakt mit den Kollegen genauso wichtig. Alexa, wie ist der Preis für klimaneutrales Heizöl heute? Dein Heizölpreis für 2000 Liter klimaneutrales Heizöl liegt aktuell bei... Meine Aufgaben beinhalten auch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Geschäftsbereichen bei Total. Hallo Jonas, ich habe deine Bestellung erhalten. Die TKWs sind alle beladen und sind auf dem Weg zum Rennen. Ich wurde super in mein Team eingearbeitet und präsentiere hier regelmäßig meine Ergebnisse. Dabei vergesse ich oft, dass ich noch ein Azubi bin. Wir Azubis arbeiten nicht nur in verschiedenen Abteilungen, sondern auch gemeinsam an eigenen Projekten. Tatsächlich ist dieser Film eines dieser Projekte. Wenn du auch zum Team gehören möchtest, bewirb dich jetzt. ... ... ... ...